Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrWenom1974 und ja, die Leute im Chat haben gerade die 8-Bit-Version von Brother Louie gehört, das spare ich euch jetzt, weil wird sowieso einen Content-Treffer kriegen und Susan von YouTube tickt ja gerade sowieso wieder vollkommen durch. Die großartige Isabella hat mich gefragt, was denke ich über die Playstation 1 Mini? Ja, ich hoffe ihr seht dieses Video auch zeitlich passend, dann ist das okay. Ihr kriegt auch noch ein Unboxing der PS1 Mini, ich hab das Ding auch da. Ja, und ich sag's mal so, die 100 Euro, naja, sagen wir mal so. Für uns Europäer ist das wahrscheinlich gar nicht so negativ, wie es für die Amis ist, weil die Amis haben sich dann noch wesentlich mehr darüber aufgeregt. Also, man muss eins wissen, es sind nur die normalen Controller dabei, also keine Dualshock-Controller. Es sind aber Games dabei, die Dualshock unterstützen, was natürlich sich vorstellen könnt, jetzt vielleicht nicht so pfiffig ist. Hätte man vielleicht irgendwie einen normalen Controller-Dualshock machen können. War wahrscheinlich aber auch wieder nicht zeitig möglich, weil sowieso, was typisch für die Playstation 1 Mini ist, sie wirkt ziemlich gerusht. Man wollte ganz schnell Weihnachten toppen und ich glaube auch, dass Sony der Meinung war, sie würden dann die Playstation 1 Mini gegen N64 Mini antreten, was ja dann Nintendo wohl dann zurückgezucht hat. Ähm, also, der Alpha sagte so schön hier, was im Städt steht, der Alpha sagte, das Ding ist ein Flop. Ähm, Vorsicht. Vorsicht. Ich hab, wie ihr wisst, ein Atari Mini, ein Intellivision Mini, ich hab ein ColecoVision Mini, ich hab ein Sega Mega Drive Mini. Der Sega Mega Drive Mini von AdGames, der ist so ungefähr in der Kategorie. Also, äh, ja, ähm, sagen wir mal so, also, die 20 Games, die wir ja in diesem Special sowieso komplett durchgehen werden und wir werden auch die Japan-Exclusive-Games durchgehen. Also, wie schon unter anderem eben auch Parasite Eve, was ich nicht verstehe, warum wir das nicht hatten. Ähm, ist so, Spieleauswahl la la. Also, wie gesagt, über einen Tekken 3, über einen Metal Gear Solid, über einen Wild Arms wird sich keiner beschweren. Das ist, das ist ein gutes Line-Up. Ihr seht gleich, es ist mir nicht umsonst auf dieser Seite, ihr seht gleich, was es hätte für ein Line-Up sein können. Und dann wäre das natürlich eine ganz andere Nummer geworden. Aber, das, was jetzt noch ein bisschen wieder komisch ist, sie haben sowohl NTSC und PAL-Versionen genommen. Ich hätte bei einigen Versionen das verstanden, zum Beispiel, jetzt mal die Logik, von Final Fantasy 7 haben sie die NTSC-Version genommen. Also, sprich, die Version ohne deutschen Text, weil sonst hätte man vielleicht auch die deutsche Fassung zocken können. Die hast du nicht. Dafür hast du bei Tekken 3 die PAL-Fassung, die, ich sag's mal so, für heutige Verhältnisse keinen Sinn macht, weil PAL und NTSC, PAL ist 50 Hertz, NTSC 60 Hertz, die NTSC-Versionen laufen halt schneller. Wild Arms, hab ich euch ja schon damals gesagt, ist für mich das Paradebeispiel. Wild Arms spielt in der NTSC-Version. Die Kämpfe sind in der PAL-Version unendlich langweilig. Das ging mir damals schon in echt auf den Nerv. So, und dass sie das jetzt gemischt haben, macht überhaupt keinen Sinn. Die Amis sagen dann zurecht, ja, warum gab's nicht eine PAL-Fassung und warum gab's nicht eine NTSC-Fassung? Vermutlich, weil die ISOs das nicht mit dem Emulator mitgemacht haben. Den Emulator, den die genommen haben, ist ein ganz normaler Open-Source-Emulator, den ihr selber finden könnt. Ihr braucht dann also nur die ISOs und die ROMs. Dann könnt ihr das besser machen. Und der ist, soweit ich was gesehen hab, auch in der Basisfassung. Also das heißt, der hat nicht die ganzen Shader und die ganzen Zusatz-Mods, die es alle gibt. Also das, was ich alles benutze, hat der nicht. Das heißt, das ist das Ding, das ist rudimentär. Das haben die draufgeklatscht und haben dann einfach ihre ISOs genommen. Und vermutlich, böse gesprochen, sind sie auf irgendwo, was ich ISO-Zone-Hasse nicht gesehen oder was weiß ich, wo gegangen. Und haben sich die Dinger reingezogen. Also genau so wie Nintendo das theoretisch auch mal gemacht hat. So ist es nicht. So, und dann waren die relativ kreativ los. Und dann haben wir gefragt, wenn es fertig war, zack, drauf und gut ist. Dass sie zum Beispiel bei Metal Gear Solid nachgedacht haben, das merkt man daran, dass auf der Rückseite das Cover ist, oder beziehungsweise das auf der Disc von der Rückseite, was ihr braucht für die Code-Abfrage. Da gibt es nämlich einen Code, den man haben muss. Und der ist tatsächlich auf der Verpackung drauf. Also es ist so, ich gehe davon aus, ein paar Sachen waren gut gewollt, aber ein paar Sachen waren einfach unwurlaublich gerusht. Die wollten das Weihnachtsgeschäft schaffen und wollten das Ding zeitig rausbringen. Und der Hype war ja am Anfang riesengroß, aber der Hype wurde dann immer kleiner. Als das Games-Line-Up kam und man gedacht hat, ja, ist okay, ist ganz nett. Dann kam die Geschichte mit dem Controller. Dann das Menü. Ja, da regen sich Leute darüber auf, dass das ziemlich altbacken aussieht. Ja, es soll ja auch aussehen wie ein PS1-Menü. Aber dass das Ding eben wie schon keine Filter hat, also das, was zum Beispiel ein NES-Mini und ein Super Nintendo-Mini hat, dass du Filter setzt, dass das auf HDMI hochskaliert und sonstiges, ist alles nicht. Sondern im Prinzip hast du einen ganz beschissenen alten Open-Source-Emulator, ohne die ganzen Mods, ohne den ganzen Filter, ohne den ganzen Quatsch, der heute eigentlich gang und gäbe ist, ohne den ich theoretisch nichts machen würde. Und dann einfach zack auf so ein Plastik-Ding gebannt. Das ist eine nette Geschichte. Das sieht auch relativ geil aus im Regal. Ihr seht das auch mal. Also das Ding sieht auch gut verarbeitet aus. Macht was her. Ist was für die Optik, ohne Frage. Aber 100 Euro für, ich sag's mal in Anführungszeichen, eine Buchstütze, das muss man sich überlegen. Also wenn ihr so verrückt seid wie ich, dann könnt ihr da zugreifen. Aber wie gesagt, ich weiß aber auch, was das Ding ist. Und es ist halt keine PlayStation. Und ihr kriegt eine umgebaute PlayStation 1 auf dem Flohmarkt nachgeschmissen für einen Zehner. Dann braucht ihr euch nur noch die Games zu besorgen. Zwinker. Mehr Tipps brauche ich euch nicht geben. Also jeder Raspberry Pi, die alte Diskussion, der dann, was weiß ich, alle möglichen Systeme emulieren kann, kostet mit allem Schnick und Schnack, mit Zusatzlüftern, hast du nicht gesehen, 70, 80 Euro. Und dann kannst du dann mittlerweile auch schon in genug Sachen bestimmte, ich sag mal, Boxen kaufen. Die gibt's also auch mittlerweile eine PlayStation, gibt's, ich hab sogar eine Dreamcast gesehen oder was. Also dann kriegst du nur die Hülle und haust deinen Raspberry Pi. Das ist also, wenn man so will, ein Mini-PC, mit der bekannt geworden ist, eben durch Emulationen. Deswegen gibt's dann eine spezielle Retro-Pie-Version, da ist schon ein bisschen was vorinstalliert. Vielleicht hol ich mir das auch mal und zeig euch das mal. Dann habt ihr also ein verhältnismäßig besseres System für 80 Euro, was ihr auch wesentlich mehr administrieren könnt. Jetzt haben wir Leute schon rausgefunden, ich suche gerade noch eine Liste, dann würde ich euch das auch noch sagen, mit entsprechenden USB-Ports, USB-Keyboards, wenn ihr die anschließt an die PlayStation Mini, kommt ihr in das Emulationsmenü. In dem Emulationsmenü kann man auf einmal wieder alles anschalten, was ich also auch tue. Da kann man die Shader anzalten, also die ganzen Filter, da kann man PAL-NTSC wechseln, das geht. Also sprich, die haben das Ding auf Standard gelassen, auf Default und haben gesagt, leck mich am Arsch und schack produzieren. Das ist vielleicht jetzt nicht so unbedingt die beste Idee. Okay, das Ding wurde aber schon gehackt und deswegen kommen wir gleich zu der Liste, die da ist. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, was ganz interessant ist und das werde ich euch dann eben auch zeigen. Und ob wir das, weiß ich nicht, 2018 schaffen oder 2019, ist relativ kack. So, und dann gibt es nämlich zum Beispiel etwas und das ist ganz interessant. So, verstanden, halt die Fresse. So, gibt es nämlich eine Liste auf Reddit, also verfiffige Dataminer haben ein bisschen gesucht. Und dann gibt es auch mal 36 PS1-Klassiker, die mit dem Ding wohl getestet worden sind, die aber eben nicht final geworden sind. Und da kann man mal drauf angeln. Shokobos Mysterious Dungeon, ich glaube, ich habe die Japan-Fassung in einer gewissen Version hier. Gibt es auch, glaube ich, zwei Games von, ich fand das aber nicht so klasse. Colin McRae Rally wäre sicherlich eine Alternative. Crash Bandicoot wäre natürlich für eine PlayStation 1 Pflicht, aber ist klar, jetzt wo wir das Remastered haben, war klar, dass sie es nicht auf die PlayStation 1 Mini packen. Das ist vollkommen klar, aber sie haben es getestet. Crash 2, genau das Gleiche. Toy Story 2, weiß ich nicht, ob der so gut war. Driver ist immer noch knüppelhart, das Game, aber ist etwas, was man mit PlayStation identifiziert. Ehrgeiz, wie schon hat, habe ich da, habe ich auch noch im Original. Das Final Fantasy Action-RPG-Mini-Spiel-Sammlung-Gedönse, das kann ich euch mal gerne mal zeigen. Ja, ist ganz nett, würde ich aber jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es auf die PS1 gehört. Fighting Force haben mir Leute gesagt, die PlayStation 1-Fassung wäre richtig geil, merke ich mir mal. Dann Gran Tourismus, habe ich ja gesagt, das ist eigentlich das, was man mit PlayStation verbindet, das hätte drauf gemusst. GTA 2. GTA 1 ist übrigens die geilste Mischung. Also GTA 1, und wir reden von Grand Theft Auto 1, was auf dem PC sicherlich immer noch eine Legende ist, ist auf der PlayStation 1 Mini Augenkrebs. Das ist mit Abstand der schlechteste Port, den ich jemals gesehen habe. Und das ist so wirklich Tiger-Gamecom-Niveau. Also da muss man sagen, wenn sich darüber Leute aufregen, zu Recht. Aber es gibt andere Versionen, die halt nicht so scheiße sind. Aber wie gesagt, zum Beispiel du hast bei Final Fantasy VII Aussetzer im Menü. Das heißt, als würde das, was nicht nachlädt, nachladen. Und das ist einfach mit Sicherheit ein Emulationsproblem. Deswegen, also da muss man nicht verstehen. Ja, Harry Potter, der Stein der Weisen. Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt so großartig ist. Kajiro sagt mir nichts. Klonoa, da weiß ich, da sind viele Leute Fans von. Cooler World, genau das gleiche. Ja, Soul Reaver, wäre genial. Medal of Honor, auch genial. Medieval, wie schon gesagt, finde ich super. Mega Man Legends, würde ich gerne mal haben. Es ist so ungefähr wie Super Mario RPG auf dem Super Nintendo. Für Europäer mal richtig was Geiles. Mr. Driller G, naja, gut. Ihr habt ja schon Mr. Driller gesehen. Parker, Parker Passion sagt mir auch nichts. Parappa by Rapper. Weiß ich, sind Leute ganz große Fans von. Parasite Eve, wie schon gesagt, ist auf der Japan-Konsole drauf. Eben da nicht. Ray Storm war, glaube ich, ein Shooter. Ja, Ridge Racer haben wir ja eine Version von. Ich glaube, das ist dann der Original Ridge Racer. Silent Hill wäre eine nette Idee. Klar, wenn wir Metal Gear Solid haben, hätten wir auch Silent Hill haben können. Dann könnte ich jetzt sagen, wo ist hier Castlevania Symphony of Night? Aber ist egal. Das haben sie wohl nicht getestet. Spec Ops. Ich glaube, das war, glaube ich, irgendwie nicht so großartig. Street Fighter Alpha 3 und Street Fighter X Alpha. Das wäre sicherlich ganz interessant, weil ich habe nicht unbedingt Puzzle Fighter haben müssen. Das wäre sicherlich Suicoden. Brauchen wir nicht drüber reden. Wäre richtig geil. Tomb Raider 1 und 2. Klar, logisch. Tomb Raider 1 hätte auf eine Playstation 1 Mini gehört, aber... Weiß ich nicht, was da mit rechte Thematik und sonstiges. Tomba, weiß ich, sind auch eine Menge Leute Fans. Tony Hawk's Pro Skater 2, habe ich ja gesagt. Ist auch etwas, womit man eine Playstation verbindet. Genial. Vagrant Story. Würde ich gerne nochmal zocken. Auch Square, glaube ich. Legende. Wild Arms 2. Ja, wie schon, hatte der doofe Europäer nie. Wir hatten ja 1 und dann sofort 3. Und Civius, den Smub, wäre auch ganz positiv. Also ja, ich werde dementsprechend die Sachen auch durchgehen. Wir werden die in diesem Special uns angucken. Und wie gesagt, ihr kriegt dann auch sowieso noch ein Unboxing von der Maschine. Aber man muss ganz ehrlich sagen, man muss schon Freak sein, um dafür 100 Euro hinzulegen. Aber da im Augenblick nicht das Gefühl ist, dass das Ding überall ausverkauft ist, weil die Leute wohl doch ein bisschen vernünftiger sind. Dann wartet mal ab. Wenn ihr das Ding irgendwie für 50 kriegt, dann macht er nichts falsch. Das ist einfach so. Also für jemanden, der Playstation-Fan ist, ja, der kann da zugreifen. Aber wie schon gesagt, eine umgebaute Playstation findet es auch im Flohmarkt. Und da muss man, glaube ich, kein großes Geheimnis machen. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, egal welchen Mini wir da nehmen, dass da egal, dass ich jeden Mini vergöttere. Und ich glaube, ich kann bei jedem Mini auch irgendwelche Fehler finden. Also das, was hier zum Beispiel auch wieder gemacht wird, dass das hier die schlechteste Erfindung seit irgendwas ist, das ist es auch nicht. Also wie gesagt, wir haben schon Konsolen gehabt. Also ich weiß zum Beispiel den Retro-Bit, die erste Version. Du hast da x Versionen drauf, aber keine Emulation läuft irgendwie richtig. Ja, das ist dann katastrophal. Aber wollen wir mal gucken. Und Bubsy wäre natürlich geil. Bubsy 3D, ne, hier, was der Snake. Also Bubsy 3D. Ich habe das tatsächlich übrigens nicht im Original. Also Bubsy 3D würde ich mir tatsächlich im Original natürlich zulegen, weil das ist großartig. Das ist ein Must-Have. Ich glaube, ich bin gleich vermöbelt, aber wollen wir mal gucken. Ja, egal. Das wollte ich mal kurz als Video machen. Das seht ihr dann. Und ich bin euer MrWendor1970 und ihr seht die Reihe dann nochmal komplett. Und wie schon diese 36 Titel. Gucken wir uns auch an, ob ihr wolltet oder nicht. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.